Es ist so viel Unglück geschaffen mit diesem Krieg. Gleichzeitig bricht jetzt Frühling aus und überall sind schöne Bäume und man ist in dieser Verliebtheitsstimmung wie immer. Gleichzeitig sehen wir diese weiteren Bilder, diese getöteten Kinder und diese Massengräber bei Mariupol. Natürlich gibt es Momente von kompletter Ohnmacht. Wenn die Europäische Union und zum Beispiel Deutschland in heutiger Lage der Ukraine nicht helfen wird, dann kommt der Krieg nach Deutschland morgen. Heute wir, morgen ihr. Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinc, ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage über Fragen der Freiheit. Normalerweise habe ich einen spannenden Gast und mit diesem viele Themen, die ich verspreche. Heute allerdings habe ich drei Gäste und nur ein Thema. Es ist eine Folge, in der es um die Ukraine gehen soll. Um das Land, das derzeit Krieg gegen Russland führen muss. Ich möchte verstehen, warum es eigentlich heißt, die Ukraine kämpft für Europa. Kämpft sie für Europa und was genau heißt das? In der Ukraine wird für die Freiheit gekämpft. Ich habe, um diese Frage zu verstehen, drei kluge Köpfe eingeladen. Einmal die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, dann den Schriftsteller Yuri Andruhovich und den Historiker Timothy Snyder. Sie sind im Moment an verschiedenen Orten dieser Welt. Katja Petrovskaya ist in Tbilisi in Georgien, Yuri Andruhovich in der Ukraine und Timothy Snyder an der Ostküste der USA. Ich will wissen, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Ich will wissen, wie sich das Warten anfühlt, von Deutschland aus in der Ukraine und wie das als einer der klügsten politischen Beobachter und Historiker dieser Zeit aussieht, wenn man sieht, wie Teile der Geschichte sich wiederholen. Mein erster Gast ist Katja Petrovskaya. Sie ist eine der herausragenden Schriftstellerinnen ihrer Generation. 2013 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis für vielleicht ESTA. Auch da arbeitete sie die Geschichte einer jüdisch-ukrainischen Familie auf. Mit großer Sensibilität erzählt sie, wie sich Traumata in Familien einarbeiten, in Geschichte einarbeiten. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier zugesagt hat. Herzlich willkommen, Katja Petrovskaya. Vielen Dank für Einladung, liebe Jagoda. Sehr gerne. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Katja. Normalerweise bringen die Gäste ein Zitat mit für das Thema Freiheit. Ich möchte bei dir einfach fragen, wo bist du im Moment? Wie geht es dir und wie sieht dein Tag aus? Ich bin eigentlich gerade kurz nicht in Berlin, sondern in Tbilisi. Ich habe letztes Jahr zwischen Kiew, Tbilisi und Berlin gelebt. Also letzte Jahre habe ich in Berlin verbracht. Seit einem Jahr hat mein Mann Arbeit in Tbilisi bekommen. Und ich war auch ganz lange bei meiner Mutter in Kiew. Ich war alle diese letzten Wochen in Berlin. Und es ist tatsächlich für mich keine Zeit für intellektuelle Reflexionen, ehrlich gesagt. Also von dem ersten Tag war ich die Frage, wie man diesen Krieg aufhält. Und was man selbst machen kann. Das ist vielleicht die Frage gewesen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ich habe mir diese Pause erlaubt und es geht mir damit nicht ganz gut, weil die Zeit tatsächlich so ist, dass man mit diesem Agieren, mit kleinen, konkreten Sachen, versucht, möglichst mehr Menschen zu helfen, wenn nicht zu retten. Und es ist tatsächlich so, dass man die eigene Erholung oder die eigene Pause kaum dulden kann. Du sagst, du hast das Intellektuelle auf Pause gestellt und doch bist du eine Stimme. Doch gehst du zu Anne Will und versuchst, die Menschen verstehen zu machen, wie sich das anfühlt, da hier zu sitzen. Und du sagst, deine Mutter lebt in Kiew, dort leben deine Freunde, dort leben Menschen. Du versuchst trotzdem, ich würde schon sagen, aufzurütteln, dass wir keine Zeit haben, dass mit jedem Tag das auch ein Todesurteil ist für Menschen oder eben nicht. Also ich sehe dich schon immer noch auch als intellektuelle Stimme und auch Intellektuelles in diesem Fall handeln. Wenn du sagst, das eigene Nichtstun kannst du kaum aushalten, wo hast du denn das Gefühl, vielleicht im Moment doch was bewirken zu können? Wann hast du das Gefühl, vielleicht doch was voranschieben zu können? Also ich habe in den ersten Tagen des Krieges tatsächlich die ganze Zeit gedacht. Also jede Aktion, jede Hilfe ist wichtig und ich habe die ganze Zeit agiert. Eigentlich diese Talkshows waren eher eine Pause und eine sehr fragwürdige für mich, weil es ist schwer zu sagen. Verstehen Sie, es sind fünf oder sechs Wochen vergangen, seit ich in diesen Talkshows war und ich habe für schwere Waffen plädiert. Ich meine, wo soll ich sein, um für schwere Waffen zu plädieren? Jetzt irgendwie fünf Wochen später haben wir vielleicht mittlerweile 20.000 Tote in Mariupol, ganze diese Gewalten vor Ort von Kiew, zufällige Tote überall, Kinder. Und wir sitzen immer noch und reden darüber, was wir machen können. Es ist wirklich eine schwere Sache. Und gleichzeitig, jede Sekunde hat gezählt. Also man hat jede Sekunde etwas gemacht, kleine Sachen im Rhythmus von Befehl oder Selbstbefehl. Und jetzt, das ist tatsächlich, nach zwei Monaten sind wir alle salude. Gleichzeitig entsteht diese Normalisierung des Krieges. Es tobt irgendwo. Und ich sehe das auch bei meinen Freunden in Deutschland, die am Anfang sehr, sehr viel geholfen haben. Ich meine, wir haben alle Flüchtlinge in unseren Wohnungen. Viele Freunde von mir gehen jeden Tag zum Bahnhof und versuchen da zu helfen. Es gibt, verstehen Sie, es ist so viel Unglück geschaffen mit diesem Krieg oder durch diesen Krieg, dass egal wie viel wir machen, es ist immer wenig. Und das ist natürlich eine sehr schwierige private Situation. Gleichzeitig bricht jetzt so Frühling aus und überall sind schöne Bäume. Und man ist in dieser Verliebtheitstimmung wie immer. Und gleichzeitig sehen wir diese weiteren Bilder, diese getöteten Kinder und diese Massengräber bei Marie Hupel. Und ich meine, es ist mir unheimlich, dass ich diese Worte ausspreche. Und natürlich gibt es Momente von kompletter Ohnmacht. Ja, also, dass man so viel macht als Privatperson, als, ich weiß nicht, als öffentliche Person. Aber es ist egal. Also es läuft immer weiter. Du sagst eben dieses, was du beschreibst. Einerseits kommt der Frühling, auch Krieg wird zu einer Normalität. Du beschreibst ja auch in einer Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Bilder. Und ja, gleichzeitig sagst du manchmal, wir beobachten online, was drüben passiert. Wie erlebst du das eigentlich seit diesen acht Wochen? Wahrscheinlich bekommst du Bilder, Nachrichten von Freunden, von Menschen dort. Dann die Bilder im Internet, die Bilder im Fernsehen. Diese wirklich irre Bilderflut. Und gleichzeitig guckt man aus dem Fenster und die Welt hat trotzdem die gleiche Aussicht von gestern. Und wie kriegst du diese beiden Bilder zusammen, also den Alltag und das, was du gerade siehst? Ja, eigentlich ist es nicht das erste Mal in der Geschichte, dass man sich tatsächlich fragt, wie viel Normalität im Krieg ist und wie viel Krieg in Normalität. Weil man möchte auf keinen Fall diesen Krieg verniedlichen. Aber wir haben auch Syrien erlebt. Und ich meine, für mich war dieser private Bruch der Erste Tschetschenische Krieg. Also ich konnte es echt nicht glauben. Also wir haben schon mittlerweile viele Kriege miterlebt. Aber dieser Krieg ist mir am nächsten. Ich habe sehr viele Freunde in Kiew. Fast niemand ist weggefahren. Das ist auch sehr interessant. Und man hatte von der ersten Sekunde das Gefühl, dass gerade diese gemeinsame Mühe, sich diesem Krieg widersetzen, ist eine, ja, wie kann ich das beschreiben? Das ist unsere Waffe. Ja, ich hatte echt das Gefühl, dass meine Freunde in Kiew sind diese Waffe gegen Wahnsinn. Und das ist interessant, dass es kaum Diskussionen gibt zwischen denjenigen, die wegfahren und bleiben. Es sind mittlerweile fünf Millionen Flüchtlinge. Es ist wirklich unmöglich, sich vorzustellen. Und ich habe keinen einzigen Freund in Kiew, der sagt, sogar den Menschen aus Kiew, die nicht in konkreter Gefahr waren, dass sie irgendwie Flüchtlinge sind eigentlich. Also nehmen wir uns dieses Wort. Das ist auch interessant. Also wie ich die Bilder sehe. Ich habe auch sehr viele Freunde, die Fotografen sind. Und sie sind auch in Butscher und Irpen gewesen. Eigentlich Irpen und Butscher, diese Vororte von Kiew, das ist schwer vorzustellen. Das sind die Orte meiner Kindheit auch. Und ich habe sehr viele Freunde da. Und ich habe einen sehr guten Freund, der acht Geschwister hat, also ist mit acht Geschwister aufgewachsen. Und wir waren in den letzten Jahren da immer, also das war so ein bisschen idyllischer Ort für Hippie-Versammlungen. Ja, also ein bisschen hippie-mäßige Versammlungen. Ich kann mir das alles jetzt nicht vorzustellen. Also wenn man etwas Sinnloses vorstellen kann, dann ist es dieser Krieg. Also es ist auch so, dass man sich weigert, diesem Krieg zu glauben. So eine absolute Verdrängung, glaubst du? Nein, Verdrängung nicht. Also wir sind wirklich, also ich sage wir, das ist diese interessante Wir. Da sind nicht nur Ukrainer, da sind auch zum Beispiel Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die am Bahnhof stehen und mit ihren russischen Kenntnissen Flüchtlinge helfen. Da sind sehr, sehr viele Freunde von mir aus Polen, aus USA, aus Holland, die so komische Brigaden gebaut haben. Das ist so ein bisschen wie im Spanischen Bürgerkrieg und versuchen humanitäre Hilfe zu kriegen und zu liefern. Wir kaufen kugelsichere Westen, wir machen irgendwelche komische Verträge. Also das ist, verstehen Sie, es ist auch eine Situation natürlich, wenn man plötzlich Sinn bekommen hat. Und dieser Krieg wurde von der ersten Sekunde als Krieg zwischen Guten und Bösen beschrieben. Es ist leider oder auch nicht leider tatsächlich so, dass man jetzt sehr, sehr gut versteht, warum wir kämpfen und warum wir solche Leute wie wir, wie ich, wie meine Freunde alles tun. Und das ist interessant, weil zum Beispiel in Kiew Freunde von mir, die Psychologen, Musiker, ich weiß nicht, Theaterwissenschaftler, sie haben die ganze Zeit zum Beispiel alte Menschen beliefert mit Lebensmitteln. Sie haben so eine Gruppe gebaut, also auch durch Telegram. Also Telegram-Kanäle sind sehr, sehr wichtig in dieser Resistanz. Und dann gibt es eine Gruppe, die jetzt Vororte beliefert. Es gibt Volonteure, die jetzt die Städte aufräumen und aufbauen. Es ist wirklich alles sehr erstaunlich, ehrlich gesagt, also dieser Zusammenhalt. Und der Zusammenhalt mit der Diaspora, also jetzt mit Ihnen, ist dann sozusagen, dass Sie wissen, dass Sie da sind, dass Sie Menschen schicken, dass Sie wissen, die werden dort an den Bahnhöfen abgeholt. Und auch Kinder. Gibt es, ich meine, ist Ihre Mutter inzwischen in Deutschland? Ja, meine Mutter ist in Deutschland und das war so am Anfang, dass sie auf keinen Fall weggehen wollte. Aber sie wohnte auf linker Ufer der Stadt. Da war etwas gefährlicher und dann waren mehrere Wochen alle Brücken gesperrt. Und man muss sich vorstellen, also es gibt Zentrum von der Stadt und linker Ufer, wo eineinhalb Millionen Menschen leben. Und das war echt schwer da, besonders für 86-Jährige. Und eigentlich, sie wollte trotzdem nicht weg, aber sie hat 60 Jahre an der Schule unterrichtet, übrigens Geschichte. Und einfach mehrere Leute haben versucht, sie aus Kiew rauszuholen. Und dann irgendwann wurde sie beinahe geklaut. Und das bedeutet, dass für viele Menschen war es wichtig, dass sie in Sicherheit ist und nicht als sozusagen Mutter der Stadt da bleibt. Das war für mich übrigens nicht ganz einfach, das zu akzeptieren. Und das war nicht meine Entscheidung und fast nicht ihre. Aber mit diesen Entscheidungen ist es sehr interessant auch, weil man hat das Gefühl, dass jetzt genau klar wird, was ist diese Selbstständigkeit. Also sie machen eine Sendung über Freiheit. Ich habe wirklich sehr viel in den letzten Wochen verstanden, was es bedeutet, diese Ukraine. Eine der erstaunlichsten Sachen ist diese Selbstentscheidung, was der Mensch macht. Also was heutzutage jeder macht und für sich entscheidet. Und es gibt da keine richtige Ideologie oder keine Propaganda oder keine Slogans oder sowas. Es gibt Selbstentscheidungen, ob man an der Front sich meldet, ob man in Verteidigung bleibt, ob man als Volonteur oder Freiwilliger irgendwo hilft. Also das entscheidet jeder selbst. Und diese Selbstentscheidung ist eine der erstaunlichsten Sachen heutzutage in der Ukraine. Aber Selinski hat doch den Männern die Ausreise untersagt, weil er sie für den Kampf braucht. Also diese Entscheidung, dass Männer auf jeden Fall kämpfen müssen für das Land, die ist sicher, wenn man sieht, mit welcher Kraft die Menschen kämpfen, oft eine Selbstentscheidung. Aber sie ist ja auch eine politische Entscheidung. Ja, das ist klar. Aber trotzdem nicht alle an den Front gehen und es gibt dann die Entscheidung, ob jemand das kann. Dann gibt es natürlich diese lokalen Verteidigungseinheiten. Und viele sind immer noch überhaupt nicht angemeldet. Und ich habe auch viele Freunde, die sich bei diesen Militärpunkten angemeldet haben. Und sie wurden nicht genommen, weil sie zum Beispiel keine Erfahrung haben. Und sie sitzen immer noch in den Städten. Und ich würde das auch nicht idealisieren. Es ist eine schwierige Entscheidung. Und ich weiß, dass es unter meinen Freunden einige gibt, die auf keinen Fall an der Front möchten und sollen, weil sie da wirklich, also sie werden tatsächlich mit Kanonnenfleisch. Ja, aber ich habe auch andere Freunde, die eigentlich schon in dem Ersten Krieg waren. Vielleicht nicht die nächste Freunde. Aber ich habe sehr viele Freunde in lokaler Verteidigung, auch 50-Jährige und 55-Jährige. Haben Sie Freundinnen, die sich auch in den Kampf, es gibt ja viele Frauen, die sich auch gemeldet haben. Also ich habe Bekannten, nicht so Freundinnen, aber Bekannten, Frauen, die eine Freundin von mir, eine polnische Film, also Dokumentalisten, sie hat gerade einen Film zu Ende gedreht, heißt Hamlet-Syndrom, gerade mit den Menschen, die in den ersten jungen Menschen, die in den ersten russisch-ukrainischen Krieg gekämpft haben, auch in Ilovaisk und in Donetsk. Und die waren sozusagen Protagonisten dieses Krieges und sie sind jetzt alle an die Front gegangen. Und so hatten wir zum Beispiel sofort die Informationen, was da fehlt und womit man helfen kann. Und das war unsere sozusagen erste Aufgabe, diesen konkreten Menschen zu helfen. Und das kann man natürlich auch kritisieren und fragen, warum ukrainische Armee das alles nicht gemacht haben. Aber letztendlich musste man davor irgendwie glauben, dass Russland doch diesen Schritt machen würde. Aber das haben sogar Militärexperte nicht richtig geglaubt. Fühlen Sie sich verstanden? Also immer wenn Sie erklären, was ist, höre ich jetzt ganz oft, dass Sie sagen, ja, das kann man auch kritisieren, weil und so. Und als ich Sie ganz am Anfang des Krieges eben gelesen habe, vor allem, war auch eine ganz große Entschiedenheit da. Man muss die Ukraine schützen und es ist ein Angriffskrieg. Verunsichert Sie diese deutsche Debatte und auch das Zögern, das Unsichersein? Verunsichert es Sie oder macht es Sie wütend? Also am Anfang hat es mich wütend gemacht, weil ich gedacht habe, dass es sehr schnell sich ändert. Aber mittlerweile sind wir alle irgendwie verantwortlich für diese neue Tote. Verstehen Sie? Also, dass Epismant-Politik ein fataler Fehler war, egal mit welchen guten Ansichten. Ja, das musste man stärker ansehen, stärker formulieren und dann agieren. Ich meine, dass auch irgendwelchen falschen, pazifistischen Gründen man sich weigert, schwere Waffen zu liefern, macht uns allen zu Mittäter. Das ist das Problem. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Wahrnehmung, die uns heute gegeben ist. Ja, also wenn es nicht agiert, wenn es nicht geholfen wird, viel, viel mehr sind wir Mittäter, so einfach wie es ist. Und ich glaube, in Deutschland dieser falsch verstandene Pazifismus oder falsch verstandene Verantwortlichkeit, ich weiß nicht, warum Russland gegenüber und nicht gerade die Ukrainer, die als ganzes Land in den Zweiten Weltkrieg und die schlimmste Massaker während des Holocaust sind auch nicht in Russland, Entschuldigung, stattgefunden, sondern in der Ukraine und Weißrussland und Polen. Also diese Verantwortlichkeit vor Geschichte sollte jetzt stattfinden und wir verpassen jeden Tag. Und das kostet jemandem das Leben. Ich bin in Kreuzberg spazieren gegangen und ich habe da Plakate gesehen. Putin und NATO, Hände weg von der Ukraine. Und ich dachte, das ist wirklich unglaublich. Also die Leute meinen, dass das NATO da in Krieg führt oder was ist genau. Und das ist erstaunlich, dass es auch eine große Gruppe Intellektuelle gibt, die sich jetzt vielleicht nicht so stark melden. Aber ich sehe das immer wieder, egal in Kreuzberg oder unter den Linken oder unter den Intellektuellen, die längst schon Fragen ihrer eigenen Freiheit mit Wohlstand und ihrer sozusagen egozentrischen Ruhe ausgetauscht haben oder vermischt haben. Ich weiß nicht, welche Verb ich jetzt sagen soll. Also mich hat Richard David Precht wirklich am meisten irgendwie erwischt, als er gesagt hat. Und dieser Satz muss wirklich das Ende der deutschen Humanismus vielleicht markieren. Also er hat gesagt, dass Ukrainer, natürlich haben Ukrainer recht, sich zu verteidigen, aber sie haben auch Pflicht, einen Moment zu erkennen, wenn sie kapitulieren sollen. Und ich meine, so kann jemand nur sagen, der selbst überhaupt nicht versteht, was Freiheit ist. Er versagt 14 Millionen Volk, ein Recht, selbst zu entscheiden, was sie tun sollen. Und Ukrainer möchten nicht kapitulieren, weil Kapitulation bedeutet weitere Gewalt und überhaupt unvorhersehbare Situation. Und wie kann man sich ergeben, eine Armee oder ein Staat, der überhaupt keine Versprechungen erfüllt und kein Wort hält und nur Gewalt kennt. Das ist sehr interessant. Und ich glaube, die Leute, die meinen, dass in der Ukraine ein Kampf zwischen Russland und NATO entsteht, sind selbst keine freien Menschen und sind selbst käuflich. Das ist, was ich einfach sehe. Käuflich inwiefern? Dass sie sich irgendwie einer Ideologie unterstellen. Nicht Tatsachen, nicht analytische Fähigkeit eines freien Menschen, sondern eine Ideologie. Und die Ideologie ist immer ein Ersatz von Denken. Ich spiele das jetzt nur einmal durch, wenn die Hypothese ist, die Ukraine kapituliert, es sterben keine Menschen mehr, es gibt keine Massengräber mehr. Also nur aus der Sicht derer, es ist nicht die Sicht, die ich habe, aber es endet ja das Sterben. Man kann vielleicht einen Frieden aushandeln und diese ganze Idee, dass man einfach dadurch statt durch Waffen das Sterben beendet. Also die eine Argumentationslinie sagt eben, es braucht schwere Waffen, um sich zu wehren, beendet das Sterben. Aber die eine sagt, das führt ja zur Spirale, während die anderen sagen, kapituliert und dadurch beendet man das Sterben. Ist das für Sie gar nicht nachvollziehbar? Ja, also die ukrainische Seite hat mehrmals versucht, Verhandlungen zu führen von Anfang an. In dieser Zeit hat Russland immer irgendwie Truppen regruppiert, um weitere Angriffe zu machen und noch brutalere. Und in dieser Spirale von Gewalt gibt es keine Kapitulation. Man kennt auch leider die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Also für Diktatoren dieser Art gibt es keinen Halt. Ja, es wird sich nur weiter schaukeln, egal was wir machen. Das ist das Problem. Also wenn man dieser Bürokrat Putins nicht jetzt bricht, dann wird es sich weiter skalieren. Und ich glaube, gibt es in diesem Sinn keine Chance zu kapitulieren oder sagen wir weicher, einen Frieden mit Putin zu schließen, weil Gewalt andere Formen finden wird. Es werden die Menschen verschwinden, es werden die Menschen brutal verhaftet und getötet. Also wie kann dieser Staat nach dieser Gewalt in den Verorten von Kiew und dieser Entschuldigung schon mehrmals Srebrenica in Mariupol überhaupt aufhören? Also ich finde das wirklich unglaublich unverantwortlich und sehr gemütlich, über Kapitulation jetzt zu reden. Und ich sage das nicht, weil ich irgendwie militant bin, sondern ich sehe, was passiert. Und das ist mir vielleicht auch Entschuldigung. Ich habe keinen Mann in der Familie, der in der Armee war. Ich bin auch eher aus der pazifistischen Ecke. Ich hasse Waffen. Aber es ist Tatsache. Wir können Putin nicht anders besiegen. Und in diesem Krieg kann nur Sieg den Krieg stoppen. Das ist das Problem. Sie sagen gerade, Sie sind nicht militant. Aber manchmal hört man derzeit von politischen Verantwortungsträgern, wie beispielsweise Ralf Mützenich in der SPD, der sagte, er beobachtet eine Militarisierung der Debatte. Also es gibt Leute, die dann sagen, naja, die militarisierte Debatte oder eine Debatte über das Militär findet nicht statt, weil die Russen Gräuel betreiben, sondern sie findet statt, weil Leute wie Sie oder andere Intellektuelle eine Aufrüstung der Ukraine verlangen. Also Sie mit dem, was Sie jetzt gerade reden, wären ja dann laut Mützenich Teil der Militarisierung der Debatte. Fühlen Sie sich da verkannt oder wie geht es Ihnen, wenn so jemand in dieser politischen Lautstärke sowas auch über Ihre Position hinwegfegt oder fast schon so draufstülpt? Ich finde das eine unglaubliche Heuchlerei. Ja, also ich würde in anderen Situationen, wenn Putin keinen Krieg geführt hätte, ich würde weiter Gedichte lesen und ganz andere Dinge machen. Also diese Militarisierung der Debatte ist nicht die Militarisierung der Debatte. Wir können überhaupt andersherum diesen Krieg nicht anhalten. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich finde das wirklich unverantwortlich und lächerlich. Ja, ich militarisiere jemanden. Also nicht Sie persönlich? Nein, nein, klar, aber ich hatte sehr viele Drohungen bekommen nach dieser Talkshow bei Anne Will und ich finde das echt unangebracht. Also ich habe diesen Krieg nicht angefangen und meine Freunde in der Ukraine auch nicht. Und sie hassen Krieg, sie möchten in Frieden leben, aber da ist jemand gekommen, um alles wegzunehmen und auch ihr Leben. Und ich möchte, dass diese Leute da verstehen, also dass es keine Ruhe geben wird, wenn man irgendwer... Also ich glaube nicht, dass Putin überhaupt für Frieden fähig ist. Wenn Sie solche Drohungen erhalten, spielen Sie manchmal mit dem Gedanken, sich aus der Debatte öffentlich herauszuziehen? Oder sagen Sie, das ist eben der Preis der Meinungsfreiheit, der Freiheit, für die die Ukraine jetzt kämpft? Absolut. Das ist sehr bitter, aber das interessiert mich wirklich nicht. Ich würde gerne nochmal diesen Freiheitskampf der Ukraine verstehen, denn die letzten Artikel, die sagen wir mal die letzten Jahre, waren ja durchaus auch viele Selinski-Kritische dabei, dass er durchaus Korruption im Land toleriert. Das war ja jetzt keine einzige Lichtgestalt, so wie er es plötzlich seit der Krieg begonnen hat. Aus der Sicht mancher, die sagen, er ist eine vorbildliche Führungsfigur für ein Land, das unter diesem grussischen Angriff leiden muss, ist, worauf baut er da so stark auf? Ich meine, er hält diese Reden. Er hat eine Bevölkerung mit Slava Ukraini, die ein ganz hohes, auch Ethos haben, diese Freiheit in diesem Land hochzuhalten. Sie sind Schriftstellerin, Sie kennen die Poesie, Sie kennen die Literatur dieses Landes. Was ist eigentlich so der intellektuelle und kulturelle, auch wenn Sie sagen, das ist nicht gerade die Debatte. Ich glaube schon, dass man eine Geistesarbeit geleistet hat vorab, die ja irgendwie die Basis dessen sein muss, dass die Leute dort sagen, wir sind bereit. Also über das körperliche Risiko hinaus, es fliehen ja eben nicht alle, wie Sie beschrieben haben, sondern Sie bleiben vor Ort und sagen, es ist hier ein Kampf, der ist größer. Da hat ein Mensch, also ein Diktator, der auch ein Mensch ist, eine Größenfantasie, einen Größenwahn, diese Welt zurückzuverwandeln in eine imperiale Ordnung, die eigentlich, wir glaubten, hinter uns gelassen zu haben. Was ist dieser Kern des Freiheitskampfes, auch der intellektuelle, was sind die Bücher, was sind die Lieder, die Sätze, die die Ukrainer haben, um an diese Freiheit so stark zu glauben? Also ich glaube, man braucht kein Slogan oder ein Zitat oder Vorbilder, um einfach an Selbstbestimmung zu glauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Selbstbestimmung, die hat sehr viele Quellen. Also man muss auch verstehen, dass Ukraine größer als Deutschland ist und eigentlich, da sind sehr, sehr viele verschiedene kulturelle Muster. Aber das Wichtigste jetzt ist sogar in einem Land, was nicht so frei tickt, wie man dachte, wie Deutschland, was wirklich viel korrumpierter ist und viel ärmer. Und da gibt es verschiedene Probleme. Aber dieser Wunsch, sich selbst mit diesen Problemen zu beschäftigen, auch auf lokaler Ebene und einfach das zu bestimmen, wie man leben soll. Ich weiß nicht, warum es nicht verstanden wird. Und eigentlich seit Jahren kämpft die Ukraine als Subjekt, anerkannt zu werden. Und bis jetzt in Deutschland, das ist sehr interessant, gibt es keinen richtigen Lehrstuhl für ukrainische Studium. 40 Millionen Land hat keine richtige kulturelle Repräsentanz in Deutschland. Zum Beispiel gibt es einen hervorragenden Historiker in Viadrina, Andrei Partnov, einer der besten Kenner der ukrainischen Geschichte. Und er kommt seit Jahren, um irgendwie irgendwelche Aufmerksamkeit zu bekommen, auch für dieses Studiumfach. Es ist jetzt wirklich sehr schwer zu erklären, was ist dieser kulturelle Kern. Vielleicht wird der nächste Redner darüber mehr sagen. Aber dieser kulturelle Kern ist auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Teilen der Ukraine. Das Einzige, was vielleicht die Menschen tatsächlich verbindet, das ist längst eine politische Nation, die gegen Totalitarismus und gegen imperiale Herrschaft zusammen während der Maidan-Zeit aufgestanden ist. Sie sagten gerade, es gibt keinen Lehrstuhl in Deutschland, der sich mit der Ukraine befasst. Auch da interessiert mich, es gibt ja in Deutschland im Moment eine Tendenz dazu, die postkoloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, im Hinblick auf Afrika, vielleicht sogar Teile Lateinamerikas, von anderen europäischen Ecken heraus. Warum ist aber Osteuropa, sagen wir, oder Teile von Südosteuropa, da überhaupt nicht wirklich Teil des Denkens? Also wenn wir von kolonialen Strukturen sprechen, spricht man eben selten von Osteuropa. Glauben Sie, dass das wirklich so der blinde Fleck der Kolonialdebatten ist? Kann es gut sein. Es gibt tatsächlich andere Menschen, die das besser verstehen. Kann sein, dass es immer noch, trotz der ganzen Erinnerungskultur und ihrer tausenden Bücher und Gedenkstätten, trotzdem irgendwelches Denken, was von großem Russland einen riesigen Respekt hat und was da zwischen diesem großen Russland und nicht mehr so großem Deutschland irgendwie nicht richtig respektiert? Ich würde gerne zum Schluss nochmal über Ihre Mutter sprechen, weil Sie haben gesagt, sie ist 86 Jahre alt, sagten Sie. Und Sie sagten, sie war Geschichtslehrerin, also eine Frau, die genau diese Geschichte, von der wir gerade sagten, sie fehlt vielen oder die Kenntnis darüber fehlt vielen. Wie blickt denn Ihre Mutter jetzt, da sie wieder in Deutschland sitzt, auf diese Zeit? Was macht das mit Ihrem Verstehen von Welt? Sehr schwer zu sagen. Also sie war tatsächlich Kriegskind und sie ist mit ihrer Mutter nach Südtoral geflohen. Und ein anderer Teil der Familie wurde in Babiha in Kiew ermordet. Und das ist für sie, wie für viele eigentlich Menschen, absolut unvorstellbar jetzt, dass sie von der russischen Armee nach Deutschland fliegt. Und das ist so absurd. Ich glaube, wir werden später über diese Sachen reflektieren. Es ist jetzt nicht die Zeit, auf jeden Fall nicht für mich. Meine Mutter ist angekommen, sie kocht jeden Tag, sie versucht noch drei geflohene Frauen zu futten. Das ist wirklich erstaunlich. Und sie hat auch sehr viele Schüler überall auf der Welt und sie geht mit ihnen ins Konzerte und so weiter. Sie lebt weiter und das ist interessant, weil sie so vital ist. Es macht mich manchmal krank, weil ich gerade überhaupt immer noch keine Musik hören kann. Und ich bin so ein bisschen wie an der Front innerlich auch und auch in Trauer. Ich bin eigentlich in Trauer angesichts dieser Tote. Und meine Mutter ist ganz anders. Und sie lebt für mich, für meine Kinder, für alle diejenigen, die jetzt etwas anderes tun. Und ich glaube, es ist auch Teil des Lebens. Sie spricht nicht viel darüber. Entweder hilft sie ein bisschen oder genießt das Leben und versucht auch Berlin zu genießen. Sie hat wenig gesehen. Und es ist erstaunlich, dass sie jetzt dieses Geschenk hat, auch durch diese tragische Situation. Und Sie sagen genießen, zweimal genießen. Können Sie im Moment, wenn Sie sagen, Sie sind in Trauer, auch etwas genießen und wenn ja, was? Sehr selten. Aber das ist, ja, ich spreche oft mit Freunden in Kiew darüber und sie versuchen, mich zu überzeugen, dass ich genießen darf. Das ist interessant, weil eine Freundin von mir, die eigentlich so diese alten Menschen die ganze Zeit beliefert, sie haben 500 Menschen in ihrem Dienst. Jetzt hat sie angefangen, wieder Tanz zu unterrichten, weil diejenigen, die in Erpen überlebt haben, sie hatte auch Schule aus Erpen, haben sie gebeten, wieder zu tanzen. Und sie haben letzte Woche angefangen zu tanzen. Das war auch so ein ganz völlig irritierendes, aber auch sehr berührendes Video, das ich in den sozialen Medien gesehen habe. Und dass eben zwei Frauen in eine Wohnung, ich glaube, es war Kiew, reingekommen sind und die Wohnung war völlig zerstört, aber ein Klavier hatte überlebt, sozusagen. Und eine der beiden Mädchen hat sich ans Klavier gesetzt und wirklich so leidenschaftlich Klavier gespielt und die andere hat es gefilmt und sie haben es dann ins Netz gestellt. Und es kamen einem wirklich die Tränen, dass sie mitten in diese Zerstörung in diese Wohnung gehen und sie einfach mit aller Kraft die Musik auf diesem Klavier hörbar machen möchte gegen diese Zerstörung. Können Sie lesen, wenn Sie sagen, Sie können nicht Musik hören? Nein, nein, ich kann schon mittlerweile auch ein bisschen Musik hören, aber jetzt ist es tatsächlich diese Übergangszeit, ja, dass zwei Monate sind vergangen und man kann tatsächlich nicht immer so leben, als wäre man an der Front. Jeder braucht ein bisschen Pause und ich bin auch deswegen nach Belizei gefahren. Ich glaube, diese Musik und Gedichte und überhaupt Schönheit der Welt, das ist genau, was durch den Krieg zerstört wird. Und wenn wir auf jeden Fall Menschen, die mehr oder weniger in Sicherheit sind, nicht wieder das ein bisschen zulassen in sich, dann ist das genau der Sieg des Todes. Und ich habe ehrlich gesagt nur ein paar Mal geweint in dieser Zeit, weil man ständig arbeitet und ich habe geweint, als eine Freundin von mir mir erzählt hat, wie sie ein russisches Gedicht ins Jidisch übersetzt hat. Und das war so sinnlos und so schön und ich habe einfach eine Stunde geheult, weil die wichtigsten Sachen sind doch am Rande der Sinnlosigkeit und die einfach schön sind und vielleicht überhaupt die Menschlichkeit ausmachen. Haben Sie Angst, wenn Sie sagen, man kann nicht immer am Rande dieser Erregung und dieser Angst leben, die Sie in den ersten Wochen hatten? Haben Sie Angst, dass Sie sich gewöhnen, dass die Weltgemeinschaft sich gewöhnt? Sie haben gerade von Srebrenica gesprochen, ich meine, Sarevo war jahrelang belagert, dass man sich daran gewöhnt und es dauert noch sehr, sehr lang? Ja, das darf nicht geschehen und ich spüre an meinem eigenen Körper, dass das jetzt so genau dieser Moment ist und ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, dass man gerade jetzt versteht, jetzt tritt so Normalität oder Normalisierung an. Deswegen ist es so wichtig, jetzt zu agieren und jetzt gemeinsam die Kräfte sammeln. Das ist vielleicht die Situation. Wenn ich Sie jetzt am Ende des Gesprächs fragen darf, welcher Satz zur Freiheit ist der erste, der Ihnen in den Kopf kommt? Ja, das selbst zu bestimmen, was man tut. Und manchmal ist es Selbstverständlichkeit, manchmal ist es ein ganz schwerer Prozess. Die Freiheit ist sehr schmerzhaft. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie das machen. Ich kann nicht anders. Ja, Katja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war Katja Petrovskaja, jetzt nicht ganz direkt aus Berlin. Aber ich bin sehr dankbar, dass sie sich zugeschaltet hat. Warum wollte ich mit Katja sprechen? Man merkt, dass sie das jetzt alles weggeschält hat. Sie ist Schriftstellerin. Sie hat sich mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt. Es ist eine jüdisch-ukrainische Familiengeschichte. Das heißt, die Zerstörung der Nazis ist in ihrer Familie präsent. Und sie ist jemand, die natürlich diese ganze Krise in ihrer Tiefe versteht, in der Zerstörungswut versteht, einen literarischen Zugang hat und plötzlich eigentlich fast gezwungen wird, hier aus ihrer Sicht öffentlich Stellung zu nehmen, zu sagen, ich beschäftige mich nicht mit Gedichten. Und ich glaube, was ich zeigen will, ist, wie Krieg uns verändert. In wie kurzer Zeit jemand, der eigentlich mit Worten arbeitet, plötzlich über schwere Waffen reden muss. Wie sie sich hinstellt und gezwungen ist, Position einzunehmen. Wie sie gezwungen ist, Übersetzerin zu werden von Handlungen. Wie sie aber auch teilweise öffentlich verspottet wird mit so Dingen. Ja, militarisiert die Debatte tut so, als wären sie, Schriftstellerinnen tun jetzt so, als wären sie Expertinnen für Militarismus. Es gab einen Artikel in der Zeit, in der Juri Andruhovitsch und Katja Petrovska ja kritisiert wurden, wieso sie sich denn überhaupt herausnehmen, sich über Krieg und Militär zu äußern. Mir war es wichtig, dass Sie hören, warum sich diese Menschen das herausnehmen. Nämlich, weil sie über Jahrzehnte als Familie in einem Land leben, weil sie die Kultur kennen, sich mit der Kultur befasst haben und weil natürlich jede Handlung tief in die Normalität eines jeden, der dort Verbindungen hat in dieses Land, der aus diesem Land kommt, ihre Mutter lebte noch in Kiew, so tief eingreift, dass von heute auf morgen eigentlich nichts ist wie vorher. Und man hört es ja auch an dem, was Katja über ihre Mutter sagte, dass sie nicht weggehen wollte aus Kiew. Und auch daran, glaube ich, können wir alle verstehen, wie lange Menschen vor Ort nicht glauben können, dass dieses Grauen wirklich eintritt. Wie lange man in einer Verneinung lebt, dass das, was an Elend und an Krieg auf einen zurollt, vielleicht doch nur Fiktion ist. Und ich finde es deswegen sehr interessant, weil auch die gesamte Weltgemeinschaft wochenlang zugesehen hat, wie Putin ja sein Militär an die Grenze der Ukraine fahren ließ, wie wir eigentlich nicht reagiert haben, wo man längst hätte reagieren können, wo die Ukraine längst hätte Hilfe haben können. Also ich versuche auch ein Stück weit, diese Paralyse der Monate zuvor zu verstehen, in der alle zugesehen haben, dass Russland aufrüstet und in der Zeit wir die Ukraine eben nicht vorbereitet haben, um sich angemessen zu wehren oder zumindest nicht angemessen vorbereitet haben. Das also war der Blick einer dichtenden Frau, eines Wesens, das über das Schreiben die Welt erfährt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns ihren Einblick gewährt hat und bin jetzt gespannt, gleich Juri Andruhovitsch in der Leitung zu haben, der in der Ukraine ist, über den ich einige Interviews gelesen habe und von ihm Texte gelesen habe, die von einer so großen Verzweiflung zeugen, von einem Unglauben, wie man plötzlich diese russische Aggression aus seiner Sicht verharmlosen kann. Er hat einen sehr faszinierenden Text geschrieben, in der er so beginnt, dass er einen Text schreibt, in dem man über die Deutschen, die Hitler unterstützt haben, so schreibt, wie wir heute teilweise über Russinnen und Russen schreiben. Natürlich wollen alle das Beste, wenn sie sagen, nicht alle Russinnen und Russen stehen hinter Putin, es ist ja ein Diktator, er hat repressive Maßnahmen, um die Menschen einzuschüchtern. Und gleichzeitig, wenn man dann sieht, wie Juri Andruhovitsch in seiner vielleicht auch Kompromisslosigkeit sagt, was wäre gewesen, wenn wir alle gesagt hätten, na ja, es können ja jetzt auch nicht alle Deutschen was dafür und ihr müsst sie verstehen. Und er verlangt, glaube ich, von sehr vielen Menschen in Russland nochmal eine andere Positionierung gegen ihren Staatschef. Er ist aus meiner Sicht tatsächlich noch radikaler. Er lebt in der Ukraine als junger Mann, hat er zwei Jahre Militärdienst geleistet für die russische Armee und lebt jetzt in der Ukraine. Und manche würden sagen, er ist Patriot, er ist auf jeden Fall ein Intellektueller, einer der wichtigsten Schriftsteller der Ukraine, eine sehr entschiedene Stimme und er wird uns gleich zugeschaltet und ich bin sehr gespannt, was wir von ihm lernen können. Jetzt habe ich in der Leitung in der Ukraine Juri Andruhovitsch. Juri, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Freiheit Deluxe etwas Zeit schenkst und unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, dass ich bereit bin, deine Fragen zu beantworten. Das hoffe ich auch. Wo bist du denn im Moment? Ich bin diese ganze Kriegszeit, bin ich eigentlich bei mir zu Hause in meiner Heimatstadt, also in Ivano-Frankivsk, im Westen der Ukraine. Das ist so eine, man kann sagen, eine Hinterlandstadt, die viel ruhiger ist als die Städte, die im Osten beziehungsweise im Süden des Landes gelegen sind und wo der Krieg wirklich sehr schmerzhaft und stürbar ist. Ja, wir sind hier mehr oder weniger in Sicherheit. Wir haben zwar täglich zwei, drei Luftalarme, Menschen, manchmal ist das auch mehr, manchmal gibt es keine überhaupt am Tag, aber es gab nur ein paar Tage am Anfang, also Ende Februar war das, als der Krieg angefangen hat und damals gab es ein paar Raketenangriffe auf unser Flughafen hier und bis heute bleibt das sozusagen die einzige gefährliche Situation, die wir hier in Ivano-Frankivsk hatten. Deswegen ist die Stadt heute ziemlich anders geworden im Sinne, dass wir sehr viele Neuankömmlinge in der Stadt sehen können, treffen können. Das sind die Fluchtlinge, die Ungesiedelten aus der Region, die wirklich schwer von dem Krieg betroffen sind und wir sehen die ganzen Familien, die hier jetzt irgendwie ihre freie Zeit verbringen, weil sie ironisch gesagt zu viel freier Zeit jetzt haben für die Spaziergänge mit allen Hunden viele Leute von diesen Gebieten, die wahrscheinlich hatten in ihren Plänen einmal auch unsere Stadt zu besuchen und hatten nie Zeit dazu und jetzt entdecken sie für sich diese sympathische Stadt und ich denke auch dass nachdem auch Krieg vorbei ist bleiben ziemlich viele von ihnen hier sie können hier einfach Wohnungen für sich kaufen oder irgendwie anders mieten Das heißt es gibt in der Ukraine Flüchtlinge die im Land von einer Stadt zur anderen gehen und nicht nur es gibt so zwischen zwei und drei Millionen die innerhalb von der Ukraine geblieben sind die sind natürlich meistens hier im Westen nicht nur bei uns sondern auch in Lemberg in Transcarpatien in Bukovina aber auch manche zentrale Gebiete viel östlicher als wir die sind auch mehr oder weniger sicher jetzt Juri in der aktuellen Situation ich meine du hast deinen Humor nicht verloren höre ich und trotzdem ja wo wo sitzt die Verzweiflung naja vor allem vor allem wenn ich die Nachrichten lese über die grauenhaften Ereignisse ja heutzutage ist das vor allem die Stadt Mariupol zum Beispiel da bleiben noch einige Abteilungen unserer Militär die sind unter der Erde jetzt da gibt es so ein System von Bunker unter der großen Metallfabrik in Mariupol und die kontinuieren dort zu kämpfen und zusammen mit ihnen sehen glaube ich mehrere tausende von Zivilisten dort auch die Kinder ganz kleine Kinder wir bekommen ab und zu die Video Aufnahmen aus diesem Untergrund aus diesem Versteck kann man immer noch sagen also die Stadt ist fast völlig zerstört die Stadt die ich nicht sehr gut kenne aber ich war in Mariupol dreimal nach 2015 immer mit einem Konzert beziehungsweise mit einem Performance also das war eine absolut offene warme südliche Hafenstadt mit vielen herzlichen Leuten es gab unter diesen Leuten auch sehr viele die schon 2014 ihr Zuhause verloren haben die mussten aus Donetsk beziehungsweise aus anderen Gebieten die schon damals von Russen okkupiert wurden die müssten damals irgendwie fliehen und sie haben die nächste Stadt gefunden Mariupol die am nächsten zu ihren Heimatorten ist und jetzt verlieren sie auch das und das ist wirklich tragisch finde ich obwohl auch sehr viele Leute von Mariupol kann man sagen rechtzeitig schon geflohen waren ziemlich viele von ihnen sind jetzt im Ausland in Europa ich bin absolut sicher dass ziemlich viele auch jetzt in Deutschland sind wie zum Beispiel meine bekannte Dichterin und Journalistin aus Mariupol Oksanas Domina die ich vor paar Jahren kennengelernt habe also Mariupol ist natürlich jetzt eine extreme weil das fast völlig vernichtete Stadt ist mir kommt in den Sinn nur die Vergleichung mit Warschau im Jahr 1944 nach dem Warschauer Aufstand von Nazis zerschlagen wurde aber es gibt natürlich viele andere Städte die sehr sehr grausam von diesem Krieg zerstört wurden wie zum Beispiel die Städte in der Nähe von Kiew also solche Kiewer Vorstädte kann man sagen die sind jetzt befreit die sind wieder völlig von unserem Staat kontrolliert aber die Leute dürfen noch eigentlich nicht zurückkehren es gibt überall Minen es gibt absolut verschiedene Gefahren auf Schritt und Tritt ich denke auch viel über Kharkiv die Stadt die jetzt teilweise blockiert wird aber bleibt frei und ist zu einer Festung geworden so viel Militär innerhalb von der Stadt also jede Offensive auf Kharkiv jede russische Offensive wird absolut unerfolgreich das bin ich sicher und deswegen ist die Stadt Kharkiv die ganze Zeit mit Raketen und Artillerie abgeschossen also wenn nicht direkte Offensive dann zumindest diese sozusagen distanzierte Aggression und irgendwo dort in dieser Stadt bleibt und lebt mein Freund Dichter und Schriftsteller Sree Sree Jadan und er macht Konzerte in einem Bunker und er liest seine Gedichte für die Armee und sie haben in Kharkiv Uban viele Konzerte organisiert also das kulturelle Leben sieht sehr sehr intensiv aus und gleichzeitig natürlich ist das eine Art von Verzweiflung und Pathos ja also wenn so ein Symphonie Orchester irgendwelche Werke von klassischer Musik auf einer U-Bahn Station spielt dann ist das natürlich alles wie in einem Film Wenn du denkst es ist vier Monate her dass die Ukraine in Frieden gelebt hat ich glaube Frieden weil ich meine da kam schon die Vorbereitung auf den Angriff dass die Militärs ankamen die Städte aber Putin dachte erobert die Ukraine in wenigen Tagen ich meine du lebst dort wie erklärst du dir die Kraft dieses Landes diesen Militärangriff so zu trotzen das das vor allem die einzige mögliche bei jedem Krieg Motivation das bedeutet wenn man eigenes Land verteidigt und und zwar kein abstraktes Land kein abstraktes Territorium sondern eigenes Haus die leben von Verwandten von eigener Familie von Freunden Freundinnen die leben von Kindern und das bringt unglaublich viel eigentlich ich konnte das auch nicht glauben in der Situation sozusagen dazwischen wir hatten sowas wie dazwischen in 2014 begann das aber das war nur am Rande sozusagen des Landes im Osten zuerst auch der Krim im Süden und jetzt war das natürlich eine massive Aktion in die ersten Tage aus verschiedenen Richtungen von Norden aus belarussischen Territorium nach Kiew vom Osten nach Donbass und Charkiv vom Süden die südlichen Regionen der Ukraine wie Kherson der heutzutage okkupiert ist und das alles war mir ein bisschen zu viel ja ich kann das so sagen also aber es zeigte sich schon am ersten Tag dass die Russen unglaublich viele Verluste haben also sie haben in die Ukraine einmarschiert mit einer falschen Idee dass sie wahrscheinlich mit einem Applaus begrüßt werden dass die Leute hier nur warten wann endlich diese Befreiung kommt und das war hundertprozentig falsch und sie waren eigentlich nicht vorbereitet dass die ukrainische Armee so entschieden so entschlossen auch so effektiv kämpfen wird also die Armee die ukrainische Armee ist ziemlich kleiner wenn wir um die Menschenzahl sprechen aber immer besser bewaffnet und immer mehr motiviert und ja ich glaube dazu kommt auch die andere Verhältniskultur also in unserer Armee herrscht sozusagen Partnerschaft da gibt es keine Sklaven keine Treiber die diese Sklaven auf den Tod jagen auf den Tod treiben wir haben eine andere Art Armee das ist eine europäische Armee wo die Menschlichkeit am wichtigsten ist wo auch die Soldaten manchmal sehr sehr gut ausgebildete Leute sind und das bedeutet dass in dieser Armee natürlich gibt es Disziplin die für jede Armee sehr wichtig ist aber gleichzeitig bestimmte Freundlichkeit und ja in diese Kriegsmonate haben wir ziemlich viel Neues über die Waffen erfahren über die Ethos der Armee auch und die Haustiere das ist eine besondere Geschichte in diesem Krieg wie große Rolle die Haustiere für unsere Armee spielen wie viele Hunde mitmachen können und vor allem sind das die Hunde und manche von ihnen sind absolut legendär das ganze Land kennt den Namen von einem kleinen Hund der heißt Patron das ist ein Rassel der junge Rassel der kann unglaublich präzis die Minen finden wo es die Minierungen gibt er spürt diese Geruche und er ist absolut tadellos im Finden von solchen Feldern Minierten Feldern also es gibt sehr viel Lustiges Menschliches Schönes und das alles bleibt wie eine große Legende für die künftigen Künstler obwohl manche schon heute etwas fixieren notieren und schreiben Juri du hast aber gesagt wenn ich dich richtig verstanden habe dass du bereit bist auch in diesem Krieg zu kämpfen im Fall der Notwendigkeit ich sehe jetzt so eine Perspektive kaum aber natürlich in den ersten Tagen war alles möglich ich dachte dass wenn die Russen auch näher zu meiner Stadt kommen werden dann vielleicht kann ich anfangen etwas wie eine kleinere Gruppe für die ja Partisan Aktionen finden und dann zusammen mit ihnen werde ich auch kämpfen ich kenne sehr gut unsere Berge hier ich bin sicher dass im Fall dass das irgendwie sich verwirklicht diese schreckliche Perspektive da natürlich bekommen die Okkupanten viele viele Probleme genau in dem Gebiet in den Bergen aber so wie ich das heute sehe kann eigentlich russische Armee uns nicht näher kommen also die sind wirklich sehr erschöpft mit riesigen Verlusten und sie können lediglich ein paar Gebiete im Fern von uns im Süden und Osten kontrollieren auch mit dem Norden waren sie unfähig irgendwas für sich zu kriegen also das ist für mich auch eine wichtige Erfahrung dass diese mächtige Armee die so einen Ruhm hatte absolut unbesiegt zu sein unsiegbar die ja zeigte sich als sehr sehr problematische Institution total korrupt die Vorräte von Waffen Munition Proviant das alles ist irgendwie auch absolut unfunktionierend und ja alles was jetzt unsere Gegner können das ist nur immer mehr Soldatenleben in diesem Krieg zu opfern und immer mehr Raketen immer mehr Bomben das muss irgendwann das alles muss sein Ende haben und unsere Aufgabe ist natürlich durchzuhalten wenn du die deutschen Reaktion ansiehst du hast einige sehr sehr wütende Texte geschrieben du hast auch Interviews gegeben die sehr scharf waren du hast einen sehr eindrucksvollen Text geschrieben wo du gesagt hast du verstehst eigentlich auch nicht die Samthandschuhe mit denen die deutsche Bevölkerung über Russinnen und Russen schreibt wie beobachtest du du kennst Deutschland sehr gut du warst oft hier auf Lesereise deine Bücher sind hier übersetzt beim Surkamp Verlag du bist auch hier ein sehr anerkannter Schriftsteller wie siehst du die deutsche Reaktion auf die russische Aggression und wie verändert das dein Verhältnis zu Deutschland ja ich denke dass wir alle jetzt in einer Zeit sind wo die deutsche Wahrnehmung sich radikal verändert ich sehe das als ein positiver Prozess also man versteht immer mehr über die Lage und wozu braucht Russland diese Aggression und wozu müssen wir widerstehen aber seit vorigem Herbst war ich nie in Deutschland gewesen also ich habe diese Erfahrung über die ich jetzt spreche nur von meiner Korrespondenz das was meine Freunde aus Deutschland mir erzählen und viele von ihnen stellen das fest dass etwas etwas sich radikal ändert und dass es immer weniger sozusagen Putin Versteher in deutscher Gesellschaft gibt und dass diese Stimmen jetzt die Stimmen von solchen Putin Versteher nicht so laut sind als sie vor einiger Zeit noch waren ich denke das ist alles natürlich sehr subjektiv ich will noch mal eingreifen kurz bei dir ich weiß du klingst möchte ich spielen doch was mich positiv überrascht und auch irgendwie ruhig stimmt ruhiger als in deinen Texten es gibt aber eine Entgegnung beispielsweise von Adam Soboczynski Ressortleiter des Feutons in der Zeit der beispielsweise sagte über dich und Katja Petrovskaja dass sich die Dichter eben nicht in diesen Krieg einmischen sollen weil es zu so poetischen Bildern kommt wie man müsse den Himmel schließen wo man doch eigentlich den Beginn des dritten Weltkrieges meint also wo er durchaus sehr kritisch ist mit euren Ansprüchen dass man der Ukraine helfen muss und der sagt ihr seid dann einfach zum Glück nur Strategie keine Ahnung naja wir sind natürlich ich mag das nicht ihr zu sagen also ich bin natürlich ein Schriftsteller was aber nicht bedeutet dass ich verrückt bin und wenn ich so eine These mit zum Beispiel mit Flugverbotszone formuliere ja geschlossene Himmel ist natürlich poetisch aber Flugverbotszone das ist schon ein strenger Begriff kein poetischer und wenn ich diese Idee öffentlich in Deutschland formuliere dann wahrscheinlich habe ich auch meine logischen Gründe dazu und einer von diesen Gründen ist einfach ganz einfach und klar das bedeutet wenn Europäische Union und zum Beispiel Deutschland in heutiger Lage der Ukraine nicht helfen wird dann kommt der Krieg nach Deutschland morgen heute wir morgen ihr Böse kann mit viel weniger Verluste für Deutschland heute noch in der Ukraine aufhalten aber dazu muss man sich einmischen der 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 sich nicht einmischen will der wird dann dieses Problem im eigenen Haus haben aber die Deutschen sagen ja die Deutschen sagen ja wenn wir uns einmischen dann erst werden wir das Problem im eigenen Haus haben weil wir uns mit einer Atommacht anlegen Ja das finde ich diese Angst ist überhaupt etwas was alles in deutscher Wahrnehmung bestimmt ja das ist die dominierende Emotion und ich kann nur wiederholen dass ja Angst ist wie sagt man das der schlimmste Ratgeber man darf nicht diese Atombedrohung so panisch übertreiben da gibt es natürlich so viele Umstände um diese Waffe zu verwenden da gibt es die ganze lange Technologie außerdem wird es geben im Fall der Fälle die blitzschnelle blitzartige Antwort die nukleares Potenzial von USA ist viel viel größer als russisches also deswegen wird Russland meiner Meinung nach nie diese Atomwaffe verwenden aber es wird immer mit dieser Waffe drohen und wenn man diese Drohung so nah und so erschrocken annimmt so panisch auch ja dann ist das natürlich schon ein großer Erfolg des Aggressos Juri das war dein Blick auf diesen Krieg ich hätte gern noch eine letzte kurze Antwort von dir wenn du an das Wort Freiheit denkst jetzt im Moment in dieser Krise welcher Satz kommt dir in den Sinn Freiheit ist ein absoluter Wert Freiheit ist etwas für was die ganze Ukraine heute kämpft also Freiheit steht sozusagen als das erste Ziel unseres Feindes die Freiheit uns weg zu nehmen und deswegen ist die Freiheit das Kostbarste das wir haben und das wir jetzt verteidigen Glaubst du es gibt eine besondere Form des Freiheitsbegriffs in der Ukraine jetzt? Wir hatten das immer schon in unserer Sprache zwei Synonyme für die Freiheit wenn wir über die politische Freiheit sprechen auch über die philosophische Meinung der Freiheit dann verwendet man das Wort Svoboda wenn wir über die sozusagen personalisierte Freiheit sprechen also die Möglichkeit für einen Menschen oder für seine Familie einfach frei zu leben dann verwenden wir das Wort Wohler und das ist glaube ich auch wichtig diese Teilung irgendwie in Sicht zu haben weil gesellschaftlich und weltanschaulich kämpfen wir heute für Svoboda also diese sozusagen große Freiheit und in einer Personal Dimension für die Wohler also diese kleinere diese subjektive Freiheit die Möglichkeit für den Menschen sein ich seine Lebensbedingungen zu gestalten und zu definieren Absolut so und ja das das kommt mir jetzt in den Sinn manche von uns sind jetzt in europäischen Ländern und manche berichten wie meine Bekannte aus Spanien berichtet dass sie wirklich ratlos und traurig wird nachdem die neuen Freunde die Spanier nachdem sie einfach fragen na gut aber warum kapituliert ihr nicht ja und da gibt es eine idealistische Antwort auf diese Frage die lautet wahrscheinlich so dass wir kapitulieren nicht weil das eine Verpflichtung des Menschen ist dem Bösen Widerstand zu stellen dem Bösen zu widerstehen und das ist die idealistische Antwort es gibt aber auch eine ganz praktische Antwort wir sehen was die Okkupanten in Regionen mit Zivilbevölkerung machen quasi nach der Kapitulation und das sind die Deportierungen nach Russland die Straflager die Filtrationslager das ist so eine Art Sklaverei sofort für jeden Mensch der so einfach ein einfacher Zivilist der in ihre Hände fällt die nehmen ihm seine Dokumente weg er wird zu einem Sklaven und das ist buchstäblich für jede Person in der Ukraine das ist ein Kampf für die persönliche Freiheit auch ich will nicht in einem KZ landen oder in einem Straflager gequält sein oder in einer Gefangenschaft bis zu meinem Lebensende bleiben deswegen kämpft unsere Armee um uns alle zu verteidigen dafür danke ich dir danke für diese Klarheit Juri danke schön und passt auf euch auf passt auf dich auf und auf die Menschen um dich herum und ich hoffe man hört irgendwann bald auch wieder Gutes vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke ja danke für das Gespräch danke dir das liebe Freunde von Freiheit Deluxe war also Juri Andruhovitsch ein Schriftsteller den ich schon von Lesungen in Deutschland kenne und der als Schriftsteller einfach wirklich große Texte schreibt und man merkt das ja auch wie er beobachtet wie er die Normalität im Krieg zeichnet zynisch satirisch aber doch in einer unfassbaren Klarheit und Erbarmungslosigkeit um sich sieht was passiert die letzten Minuten haben mich besonders beeindruckt weil er das nochmal in so wenigen Sätzen gefasst hat warum die Ukraine nicht kapitulieren möchte also sie scheinen dort eben nicht daran zu glauben dass es einen Waffenstillstand geben kann nachdem es Verhandlungen auf Augenhöhe gibt jetzt bin ich sehr gespannt auf den Historiker der das eben ganz anders betrachtet nicht von dem Ergebnis her sondern von der Art und Weise wie er sich seinem Stoff nähert nämlich über die Geschichte über das Erforschen der Vergangenheit er hat das Standardwerk geschrieben über Stalin und Hitler Bloodlands er unterrichtet an der Universität Yale er ist einer der führenden lebenden Historiker unserer Zeit er berät Regierungen man kann seine Kompetenz tatsächlich kaum groß genug schätzen in diesem Feld und ich bin wirklich dankbar denn er ist im Moment so gefragt dass man eine A4 lange Mail bekommt warum man ihn derzeit nicht erreichen kann und wo man aber seine Artikel derzeit lesen kann ich freue mich dass er sich für uns und die Freunde von Freiheit Deluxe Zeit nimmt und bin sehr gespannt auf die Einordnungen von Timothy Snyder Unser dritter Gast Snyder I'm very glad you're with us right here right now with this podcast Glad to be with you too I'm glad because it's such a turmoil time that it's very hard to understand I mean we have just listened to a writer from Berlin with Ukrainian roots with a Ukrainian writer in Ukraine which both have very different approaches to the war in terms the same but one is looking at the country you are watching all of this with the eyes of a historian let's first start with one of the sentences that seem to be a lot around in Germany it's like who could have seen that coming I mean whoever has read your books there's been so much information about the intellectual realm that Putin lives in and where do you think did we go wrong to not see this coming and to be in a moment of such a huge dependency that Germany doesn't seem to be able to really act upon this crisis well first of all thank you thank you for letting me be here and in the company of Katja Petrovskai and Yuri Andruhovich whose books are very important to me and Katja Petrovskai's text amulet for the ukrainischen Virestand was also very important to me when this war began I think the first thing is to just question German innocence so the moment when Germans start saying who could have seen this happen that's where the conversation has to be completely reoriented because as soon as you say that you're saying well anyone could have made this mistake and I think that's not true I think only Germans could have made this mistake I think it's a particular German mistake that can only be explained inside the parameters of particular German discussions having to do with and with Ostpolitik and how and Ostpolitik were linked together in the 1970s and 1980s and 1990s so let's stop with the moment where Germans say who could have seen this coming has to be the wrong starting point as I think you're suggesting Germans should have seen this coming they should have seen coming fascism in Russia they should have seen this war coming and they didn't so there's at least most Germans didn't you know at least much of the political class didn't certainly the SPD who happens to be in charge of the government now didn't so I mean I guess the two things I would point to right away and then we can continue the conversation are errors having to do with remembering the Holocaust the Holocaust was remembered in such a way that only Germans were involved or if we're going to think of people who were involved who weren't Germans we're going to focus on the people who were colonized by the Germans so the Germans are guilty and also on the side we'll talk about the Poles and the Ukrainians and the Lithuanians and so forth but we won't really talk about the Russians and this has been a big gaping hole right we won't really talk about the Russians even though the Russians also collaborate as much as anyone else no more no less roughly the same as everyone else but we're not going to find a tendency in Germany to say let's look for the Russian collaborators there's a tendency to look for the collaborators who we see as you know the colonized peoples the peoples who are somehow in between and related to that is the second mistake I would say is treating the Soviet Union and therefore Russia as the correct object of forgiveness or the correct source of forgiveness which is that's where Vergangenheit's Beveltegum and Ostpolitik obviously meet treating Brezhnev as the source of forgiveness which is very which is certainly understandable in political terms it's just unfortunate that Germans seem to take it actually seriously because of course the Soviet Union was also an imperial power the Soviet Union also began the second world war and if the whole point of Vergangenheit's Beveltegum is to have a discussion about your own past people shouldn't have been so oblivious to the fact that the Soviet Union was not having discussion about its own past Brezhnev was a neo-Stalinist there was no there was not only no discussion about how the Soviet Union began the second world war it was forbidden to talk about it as it is not coincidentally in Putin's Russia it's against the law to talk about how the Soviet Union began the second world war as a de facto ally of Nazi Germany and then I think the third mistake you know the third way that Vergangenheit's Beveltegum and Ostpolitik come together in this kind of fatal embrace has to do with resources that the war is treated only as a matter of bad ideas and of course the ideas are bad enough I understand I'm sympathetic but the war was also a colonial war it was a colonial war of Germany against the Soviet Union after 1941 for Ukraine so you know so the Germans forget that the Soviet Union was an ally and therefore Russia maybe has some remembering to do too but then that's the period 39 to 41 but after 1941 we have this colonial war which is chiefly about Ukraine and Germans just never say that I mean you just never hear Germans say the second world war was chiefly about Ukraine even though it was it's very clear that it was and the fact that Hitler says Russland and means Ukraine you know is not an excuse for Germans to keep doing the same thing and you know and so that it's a resource war and it's chiefly about Ukraine that's overlooked right that's that's overlooked completely and that means that it's that Ukraine itself doesn't be in the in the in the paradigm of both Ostpolitik and Vergangenheitsbeveltigung Ukraine never becomes a subject it's always an object it remains a kind of colonial object you know it's it's not it's either a German one or it's a Russian one but it remains a kind of colonial object until very recently and so what the Ukrainians say about themselves or about their own history just can't break through and this kind of the combination of Ostpolitik and Vergangenheitsbeveltigung actually keeps Ukraine suppressed in a in a certain way so that Ukraine really can't be really can't be heard but the resources part is also very important you know the second world war is about resources the whole way through in the beginning it's the Germans you know making a deal for Soviet oils and Soviet gas so that they can fight the war on the western front and then in the middle after 1941 it's the Germans trying to get to Azerbaijan and take the Soviet oil but either way central to the history of the second world war and incidentally to the holocaust because it's the war for resources which gets the Germans onto the territories where Jews live central to the second world war are resources and in particular hydrocarbons and so if you're going to begin a policy which involves hydrocarbons and the east that there should be some contact between that and Vergangenheitsbevelte but there never was as far as I know when Germany gave up nuclear power I don't think anyone connected that to the history of hydrocarbons in the east when Nord Stream 2 which was a scandal from the beginning very few people made the connection between that and natural resources so those are the three things that have been on my mind and even when you say it was I mean the second world war was a war about resources I don't even think that is part of the German narrative on the second world war in the broader debate so to say but let me just understand because I know people are going to think about that you say the German mistake my question was tending towards this direction but the whole European Union is dependent on Russian energy so it's not just the German perspective there must be a whole lot of other European countries who have joined this perspective how would you describe the interdependencies between the German role and the other European countries that are currently faster in acting against Russian aggression but still in the past have been just as blind as Germany was yeah I mean that's a fair question and you know the and whether what I'm saying about Germany is fair or not depends upon whether one takes seriously Vergangenheitsbeveltigung or not because none of the other European countries take as seriously as Germany the need to understand the past and I think the Germans are right about this I think the Germans are absolutely right that the future of democracy depends on constant critical engagement with the past and I very often point this out to Americans because we're not doing a very good job of it and so I'm holding Germany to a different standard because the Second World War is more centrally German history than it is say French history or Dutch history or Belgian history but I'm also trying to engage in the paradigm that the Germans themselves propound which is that we have learned from the past and therefore our democracy flourishes so those things put Germany in a different category the discussion and so what I'm trying to say is that to be consistent with its own premises the German discussion of Russia and of resources should have been part or should have been connected to this larger German discussion of the past and in so far as it has been it has been in this perverted way which Gerhard Schröder has been promoting for years in which it suggested that somehow by buying natural gas from Russia we're doing the work of Vergangenheitsbeveltigung right that somehow you know we made war against Russia and now by buying their natural gas we're somehow doing a good thing that's very specific to Germany no one else makes that kind of argument and that that's a very specific perversion I think because buying hydrocarbons is never you know that's the social science research is very clear you don't civilize or transform economies or societies by buying hydrocarbons from them that's that's never worked it's a very specific kind of economic engagement because the wealth gained from hydrocarbons almost always remain in the hands of a very few people and this particular case the Putin regime is a hydrocarbon based regime and so when you make a decision to depend upon on Russian gas you're basically making the decision to support that regime so that amounts to German foreign policy in the 2010s right German energy policy is German foreign policy the choice to go away from nuclear power was foreign policy the choice to agree to Nord Stream 2 was foreign policy and I mean just to be clear Nord Stream 2 is baffling to everyone except Germans I mean I spent a lot of time in the 2010s in other European capitals and there were plenty of you know plenty of people who went along with Nord Stream 2 or saw a way to make their own profit from it but in general you know the reaction in I'm not talking about Eastern Europe now I'm talking about Western Europe people wanted me to explain why Nord Stream 2 or in particular why are the Germans lecturing us about Ukraine and Russia when they're building Nord Stream 2 and I had no answer for that and I honestly don't think anyone had an answer for that because Nord Stream 2 was just such a fundamental contradiction with what German foreign policy was supposed to be for German foreign policy was supposed to be supporting Ukraine after the Russian invasion but what the Germans immediately did was allow the Russians to build this pipeline around Ukraine basically rewarding the Russians for invading Ukraine and that was Germany other people took part I know but that was basically Germany which is why the conversation I think has to center around Germany so I mean that's why I think I don't mean to dodge your question but that's why I think Germany is in a special category here I think we can expect the Germans to understand more given that they say that their democratic culture is about the past and Germany is more dependent so more technically Germany has chosen to be dependent on Russian natural gas that is not nature those were policy decisions that were made France made different decisions other European countries made different decisions other European countries especially the East European ones have been telling Germany for years that this was a bad and a risky policy so you're right that other European countries have made similar mistakes but nevertheless I have to say Germany stands out in this context when you just said I mean what you explain about how the German government is currently funding the regime I want to come to a tweet that has stirred a lot of debate the last days it was on April 20th when you posted a tweet which I will cite now it is for 30 years Germans lectured Ukrainians about fascism when fascism actually arrived Germans funded it and Ukrainians died fighting it and I found it pretty clear but it stirred so much anger among many Germans for example Alexander Lamsdorff a liberal they found you inappropriately biased for a historian I mean what do you exactly mean by Germans lectured Ukrainians and what do you I mean you just explained it but maybe in a short version what do you mean by Germans funded fascism that's what they really got angry about well sometimes when you get angry it's a sign that you should maybe be paying attention so it's maybe I'm completely wrong and you know the anger is completely justified or maybe the anger is a first step towards rethinking something because something really does have to be rethought like when I read the interviews with President Steinmayer and with Chancellor Schultz it's clear that they understand that something has to be rethought and I respect them for that but I'm not sure that they or other German politicians realize just what it is that has to be rethought so let me start with the word fascism it somehow has been acceptable in Germany for decades to worry about fascism in countries that Germany doesn't buy lots of natural resources from put it that way it's perfectly acceptable to criticize Poland or Lithuania or Ukraine and I should say I mean from a scholarly point of view I understand it I made my I made I I'm talking to you from Yale I got my job at Yale giving a lecture on Ukrainian nationalism I wrote I've written several articles in fact I wrote the first major article about Ukrainian nationalism and ethnic cleansing during the Second World War I've written a lot of contemporary articles criticizing particular Ukrainian memorial practices and I stand by all of them but what I'm saying is that there's a weird disproportion where Germans habitually criticized the far right in Ukraine which has never gotten more than 3% in a recent election which is not in the government which is less important by far than the far right in Germany less important by far than the far right in Germany less important by far than the far right in most of Germany's neighbors including France as we've just seen right so there's a strange disproportion and this strange blindness where fine there is a far right it's legitimate to talk about the far right everywhere but no one seems to you know but the coverage of the Ukrainian far right has been I think overdone in proportion to other things that Germans might have been learning about Ukraine right Germans might have I mean what is it that Germans haven't learned about Ukraine which would help to explain how Ukraine has a Jewish president who was elected by 73% of the vote Germany will never have a Jewish president elected by 73% of the vote nor will the United States so what is it that we could learn about Ukraine or from Ukraine about how it's possible to have a president from a traditionally oppressed ethnic minority where is the journalism in Germany which explained how Zelensky was possible I just I don't think that's been there at the same time there's been almost nothing in Germany there's been something and I've learned from some German there's certainly German colleagues who work on this who've been working on this for years and I learned from them but in the German mainstream there's very little about Russian fascism although Russian fascism is a much much more prominent and obviously significant part of the intellectual moral and political world than Ukrainian fascism is that Russian fascists regularly appear on Russian television that fascist language is entirely commonplace in the Russian public sphere that Putin is a promoter of a very important Russian fascist who he quotes over and over again these things have all been completely evident since 2012 at the latest there have been 10 years to for Germans to confront this and so I mean I realized that my formulation was a strong one but it's this is very odd right it's very odd that there hasn't been a public debate in Germany about Russian fascism when there's a public debate in Germany about pretty much every other kind of fascism when Russia is a very important country with which Germany has a very important relationship and where fascism is just much more plentifully visible at pretty much however you look so now we're in the middle of this war which is being fought in a way which is obviously genocidal where nearly a million Ukrainians have been deported where rape is widespread where thousands of civilians have been murdered often because they've been selected as elites where the program of the war the declared program of the war is the elimination of the Ukrainian nation so we've gotten very very late in the day you know we've reached the point where there was a finnictumskrieg and still there's not very much discussion in Germany about fascism being the problem so there's a huge you know one doesn't have to just agree with all of my theses but there's been a huge disproportion about this and what what troubles me is the sense of righteousness which comes from pointing out you know from pointing to a few thousand Ukrainian fascists while meanwhile you know a few hundred really or meanwhile ignoring the phenomenon that an important European country has is taking step after step after step in the direction of being a totalitarian right wing state with no freedom of the press which is which which is militaristic which announces the destruction of a neighboring state and so on without that being noticed right without that even being conceptualized and so by the funding of course I of course I mean the funding by way of the hard currency that Germans whether they like it or not at this point are paying for Russian hydrocarbons that was a policy choice it was made you know about a decade ago well earlier but let's just let's stay with you know the last couple of German administrations and during the decade that Germany has chosen to go away from nuclear and chosen to be dependent upon Russian hydrocarbons there has not been a discussion about Russian fascism and so and then and then here we are right and then and then here we are and then here we are and do you think that Germans understand I mean do you just said they don't and I really wonder if they do and what you think about that I don't think that many and the majority of German understands it's a fight against fascism because when you look at the American perspective on everything you clearly see statements like Ukrainian needs to win because it's a fight against fascism whereas in Germany you hear a lot of people say well they should maybe find a ceasefire try to negotiate find a better way stop the stop the military I mean there's a huge peace movement in Germany that's really trying to suggest that people who are advocating to arm the Ukrainians are actually the military problem in the conflict so there's a lot of chaos in the German debate and again they are trying to say we need to broaden the debate and listen to every perspective whereas you clearly say we need to narrow the debate in terms of understanding that when Russia is there we are talking about a fascist regime you even wrote an article in the New York Times and where you introduced the term Russism do you think what is necessary to understand you as a historian to to the German public for them to understand that it's not like an angry aggressor that will be like silented or that we can buy the peace by a little bit of negotiating this or that but that this man has his own fascist agenda that he has been building up for years and that he has an intellectual yeah an intellectual concept for actually he's not built this by incidents so I guess the most important thing here is to listen to the Ukrainians just as a matter of methodology that when a country is under attack you should you should listen to the people there and see what they say or when a country let's let's imagine you know a country where everybody speaks Russian and has been paying attention to Russia because they have to for the last 10 years that's that's Ukraine that's not Germany so you were kind enough to mention my New York Times article on on let's call it Russism but Russismus is very good that so that's a term that term in Ukraine is fascism in Russian to it's fascism that term means Russian fascism and it's an it's an it's an everyday use in Ukraine it's what Ukrainians use to describe Russian atrocities and I think the fact that millions of Ukrainians use that word should give other people pause because it could be that they're right right you know it's worth thinking about it's worth debating of course but it could be that they're right it could be the people who have direct experience with the Russian occupation and a lot more experience with Russia direct experience with Russia than we do it could be that they're right and that we're wrong so listen I think listening to the Ukrainians is 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 very important here you know it can be irritating because people who are at war can be you know people who are invaded can be they can be they can be irritating because they want you to they want you to change your mind quickly but I think listening to them and treating them as a sovereign is a good is a good start and this that's my second point it's about sovereignty you know that a lot of the German discussion that you're citing and we have that in the US too it assumes that the Ukrainians are not sovereign it assumes that if Germany didn't give weapons they wouldn't fight which is just not true they're going to fight anyway and they're going to fight for reasons which they understand very well which is that this is a war of extermination this is a war which is which is designed to destroy the Ukrainian nation as such that's how the Russians talk about it and that's also how the Ukrainians experience it that's how they experience it in the rapes of young girls that's how they experience it in the deportations that's how they experience it in the target murders of local elites and so we could stop giving them weapons but they're still going to fight they're still going to fight we can stop giving them weapons but that doesn't mean they're going to they're going to say oh we give up Kiev or Kharkiv they're not going to give up those cities they may lose they may lose those cities. I don't think they will, but they may, but they're not going to give them up. So we have to realize that the Ukrainians are fighting this war for very good reasons of their own. And it's not our response. We can't say like make peace because we're not the ones who are doing the actual fighting. We can only think about how to bring the war to a close, which is my third point. So of course, I like peace too. It horrifies me. This war horrifies me. I'm looking at cities and city squares and buildings that I know. You know, I'm looking at buildings that I've been in and squares that I enjoyed walking across, like places where I've sat with friends that are now in ruins. I have all of these friends who are now, you know, basically none of whom are at home. You know, it's horrifying. The scale of the death is horrifying. Of course, everyone wants this war to come to an end. The question is how? Just giving, I mean, giving up is not an option. The Ukrainians aren't going to do it, but it's a big illusion to say, all you have to do is give up. If the Ukrainians were to give up, the war would continue. It would just continue in its simple genocidal form with no resistance. So that's, you know, that's, it's an illusion to think you can just like be, you can just sort of be innocent, right? Going back to this whole thing of German innocence, where you just say some kind of incredibly simplistic thing. And you said like, like, how could we know this was coming? Or shouldn't everyone just stop fighting, right? Those incredibly simplistic things are not innocent. They, they, they're, they, they involved, you know, deliberate misunderstandings of oneself and of the situation. So I want this war to end. I really want this war to end. But understanding what I understand about the Putin regime and this person who I've been studying in his own language attentively for his entire career, I don't think this war ends until he feels the pressure himself. And he doesn't feel the pressure himself until there are a series of symbolic defeats, which mean, which mean real defeats. So everyone who wants this war to come to an end should be trying to help the Ukrainians win it as quickly as possible. But Germans, especially Scholz, they come up with a fear of an atomic war. So you, by being such a deeply involved with Putin's history and Russian history, how big is the threat? What do you think? And do you think it's justifiable that Scholz says, I have to be careful because I'm responsible for my nation and we are, we have, we don't have atomic weapons and Russia is an atomic superpower. So there's a huge against German angst coming up, but what's going to happen if Putin does the worst thing imaginable? Well, okay. So, so, so number one, that's a very easy out to give into nuclear blackmail, right? It's very easy because that just means that as soon as, so, so Russia could do it. I mean, then China could do it, right? Anyone could do it to you. And then as soon as you say, oh, there's a risk of nuclear blackmail, therefore we're not a sovereign state. And you throw up your hands and you don't have the foreign policy and you feel good about yourself because you say, oh, well, I'm trying, I'm preventing nuclear war, but you're just, what you're really doing is you're just giving into nuclear blackmail. That's all, that's all you're doing. And, and so if you want to feel good about giving into blackmail, that's fine, but it's, I don't think it's a very responsible position. Number two, I don't think it's a very realistic position. There's no reason to think that mutually assured destruction works any better or any worse than it has before. It's generally been, you know, the, the nuclear posture of the West is based upon this assumption of mutually assured destruction. There's no reason to think that Putin wants to die. On the contrary, he seems like a man who very much wants to live. So I don't, I think it's actually irresponsible to repeat, you know, Russian nuclear blackmail propaganda in public. That's, that's my view. I think it's a way of tying your own hands or holding out your own hands and asking them for them to be tied. And, you know, the, 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 the Germany, you know, again, Germany stands out in this. You're not going to find that many prime ministers of that many European countries who are talking the same language. And they are, they are all also just as vulnerable as, as Germany is to, to this, to this threat. So I, I mean, and then the final thing I would say about this is if the best, you know, I'm, I'm, I'm alert. I mean, as a, as a historian who's worked on, on war, I'm, I'm alert to the possibility that wars will go in unexpected directions. The best way to prevent this war from going in unexpected directions is to bring it to a close. But the only way to bring it to a close is for the Ukrainians to win. The idea that Russia wins and it's over is completely illusory. If Russia wins in the Donbass, then Russia goes for Kiev. If Russia goes for Kiev, you know, then there's Moldova. Then there are the, then there are the Baltics. And then you're dealing with a power, which has shown that an autocracy, however you wish to call it, autocracy can defeat a democracy on the battlefield and humiliate the West. And then if you're Chancellor Schultz, that is your legacy. And that is also your political future. That's what you will be dealing with because a Russian victory doesn't end anything. A Russian victory just transforms the face of Europe in a way, which is entirely negative from the point of view of, of Berlin. So if you want to, I mean, if you want to minimize these risks, you need to keep the, you need to get this war over in May or June. But if you want to get this war over in May or June, you have to stop thinking up reasons why you can't arm the Ukrainians. You have studied Russia and Putin deeply. What do you think if Putin was asked, this podcast is about freedom, and Ukrainians are fighting for freedom. If you ask Putin, what's freedom? What would he answer? In his rhetoric, freedom means, I mean, this is, it's interesting because we started this conversation about fascism, and he has a very interesting Christian fascist view of this. I mean, the strain of fascism, just to be, you know, technically clear about all this, which is important in Russia, is similar to Romanian fascism in the, in the 20s and 30s. It, it, it works from Orthodox Christianity and, and from a kind of assumption that the world is flawed, the world is broken and fragmented, and, and Russia has this special mission of healing it. So Putin's rhetoric about historical unity and spiritual unity of Russia and Ukraine comes from this place that the world is fragmented and Russia has this kind of mission to, 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 to heal the world. Only Russians can do it. And, and, and they do it starting with Ukraine. So when, when they invade Ukraine and, and kill the Ukrainian intelligentsia and eliminate Ukraine, you know, as a society or as a culture, from Putin's point of view, all they're doing is restoring Ukrainians to what they were, which is part of the body of the Russian nation. Putin's notion of freedom would be, you've given yourself up totally to this, to this Russian, you know, to this coherent Russian body that you've given yourself up to, 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 to the idea of Russia. What, and the idea of Russia, of course, is just coextensive with whatever the leaders of Russia happen to say that it is at that, at that moment. So that, I think that, that would be his idea of freedom. And I'm glad you asked the question because people ask all the time, what's the difference between Ukraine and Russia or between Ukrainians and Russians, and they want an easy answer. Like it's, that's this language and language is very important. It matters a lot that Ukrainians speak two of them and Russians speak one. But, but more important are the dominant political ideas where, you know, in, in Ukraine, like the, the kind of idea that I just talked about is, is, is kind of laughable. I mean, Ukrainians don't even bother to refute it. Like they really don't like central authority. They're kind of naturally decentralized and pluralistic and they don't see the nation as being some kind of coherent, homogenous whole. And they don't, you know, and they, they understand intuitively, even if they wouldn't use the concepts that I'm using, that what Putin's model means is a highly centralized state, which is based upon vertical lines of authority and where dissent is understood as treason and so, and so forth. And they're very much against those things. You know, they're very much, they're very much against those things. And so that's, that's a, that's a difference between Ukraine and Russia. Like the Ukrainians understand, the Ukrainians understand where this is all coming from. And I think that's one of the reasons why they use the word fascism more readily than, than, than we do, but their political culture is just very different. So in terms of that, I would understand that the Ukrainians with their fight for freedom and autonomy and the understanding that Putin has a freedom is sort of a subjugation to the Russian nation. Whereas, as Andruhovich nicely pointed out, the Ukrainians have two concepts. One is Sloboda and the other is like a will or a personal freedom of a person. So that also explains maybe the strength of their fight against such an absolutely totalitarian concept of freedom as, as Putin has it as like owning the individual for the higher nation that he has created and that he is head of like, like Putin, Putin, the great. And I think it makes a lot of sense to me because that's been, that's my journey with this podcast to understand the strengths of the Ukrainians and also the darkness of Putin's Russia. I just need maybe a short last answer. In Germany, we have this thing, is it Putin's war? Is it Russia's war? How responsible are the Russian people who also live under this authoritarian dictator? So how much of the responsibility belongs to Russia as a whole? Or how deep is Putin's state? How deeply established is the authoritarian regime? Well, let me, let me try to bring some of the threads of this conversation together. Because I, I agree with the basic German premise about democracy, and about empire, which is that, you know, I mean, I agree with the Habermas's basic idea that you, you have to have a constant dialogue about the past in order to have democracy in the present. Why, why am I saying that? I'm saying that because I'm confident that Germans will take in the experiences that we're talking about, um, and will adjust. Um, I'm confident of that. And, but I say it also because it bears on this question of, of, of what we can expect from Russians. Russians are at the, at the opposite of the, at the opposite extreme. Um, there is, it's very difficult to talk about the past in Russia. It's a criminal offense to talk about the Molotov-Ribbentro period. Um, that is the period when the Soviet Union and Nazi Germany were de facto allies from 1939 to 1941. It's a criminal offense to describe the war in Ukraine today as, as, as a war. Um, and the president himself, as we've been discussing, Mr. Putin has a very tight and coherent historical scheme, which everyone is supposed to study in school. And by the way, um, you know, your listeners might not know that in Russian school books now mentions of Ukraine and Kyiv are, are being purged completely. So we, it's, what I'm trying to say is that in some future Russia, which is moving towards democracy, there will have to be a discussion of the past, of the Soviet past, of the Russian past. This is true for everybody. It's true for Americans, right? We, in order, like our democracy is flawed insofar as we're unable to have discussions about Native Americans insofar as we're struggling with our, in our discussion about slavery and reconstruction, um, which, which we are like, that's a sign of, and a cause of the weakness of American democracy. For Russia to, to talk about Russian responsibility for the president is, is going to demand some kind of Russian discussion about the past, which is very difficult right now. So the whole, like, there just isn't a, so in the Berlin pen club, I think it was talked about this distinction between Putin and Pushkin, which on the, on the surface seems very reasonable, but until you know that Pushkin was an imperialist, um, and that Pushkin was somebody who developed the cult of Russian innocence, um, and who kind of specialized in explaining how when Russia's invading another country, it's nevertheless the Russians who were the victims the whole time. And so one has to realize that there's a whole, like, there's a whole Russian, Russian imperial trajectory here that hasn't been unpacked and which can't be unpacked in the Putin regime. Um, so that's not saying that this is individual Russians fault. It's just saying that I, it's basically, I'm just saying I agree with the German model about all of this and that the German model has to be applied, you know, more thoroughly in Germany. And I trust the Germans will do that, but that in the future, you know, other countries who don't do quite as well, like the Americans, or especially the Russians on the Putin regime should also be trying to, to follow that model. And, 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 and it's just not there yet. But I mean, to answer your question in a technical way, it's, it was Putin's idea, this war. Um, he, he wanted it individually. It's his nonsensical idea that Ukrainians are Russians. Um, not, not everybody in Russia would have gone along with that radical proposition, but the war of course is being fought, um, with the participation of hundreds of thousands of Russians. The censorship policies involved the work of tens of thousands of Russians, the police in Russia, which is suppressing discussion, more tens of thousands of, of, of Russians. So we, I think it's, to say that it's Putin's wars is an incorrect formulation because that suggests that the rest of Russia is, is innocent. I think it's not nearly as simple as, as that, um, unfortunately. So, um, that, so, and, and then that means that the communication, which is involved, isn't just to Putin, right? Um, Russians don't appreciate Putin and Putin and Russians generally, I think don't appreciate what is happening in Ukraine, both in the moral sense, but also just in the battlefield sense. I think, I think they, they misunderstand how well the Russian army is performing. And I wish there was some other way to communicate, um, inside Russian society than for Ukrainians to have to defend themselves. But right now, Ukrainians defending themselves is the best way to communicate both to Putin and to Russian society, that there's another world out there, aside from the alternative reality, which Putin creates and which Russians consume. And in that world, there are human beings who care about things and they're willing to take risks for those things. I think the only way to communicate with both Putin and the Russians generally is for that to come through. Um, and again, that leads to the same conclusion that if we want to communicate with Putin and with Russians right now, what we have to be doing is supporting Ukrainians. As a historian, as my last question, who spent, yeah, all his professional life trying to understand authoritarian, totalitarian regimes and thinking, what does freedom mean to you, Timothy Snyder? Well, I'm writing, I'm writing a book about it. Um, and it's a, it's a very important idea to people who I really admire, like Isaiah Berlin and Leszek Kulikovsky. I mean, for me, freedom is the highest value because there are lots of other values and free and the other values are numerous and they're, and they're complicated and they contradict each other. Um, and so freedom is the highest value because freedom is the value that allows us to negotiate among the other values. And so for me, like government is about freedom in the sense that government's about creating structures that allow us to gain the capacities to negotiate among these various complicated and contradictory values. Government's legitimated by, you know, by creating the conditions for freedom, um, is, is how I understand it. So government's, it's not about oppression, but it's also not about doing nothing. Government's about creating the conditions under, under which we can be free. And again, I think, you know, I think by that standard, you know, German domestic policy is, 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 is pretty good, you know, and, um, better than American domestic policy. So let's, let's end on a nice note. On a nice note. Do you, do you believe, um, deep down, do you have, um, deep down, really deep, um, do you feel and trust the future and the future of the Western democracies? So, Yago, this really has to be the last question. Um, but, but as a historian, I think there are always broader possibilities than the ones we see, both for good and for, for evil. And the moment that we're in is a moment that has been bought for us by the Ukrainians. If, if Zelensky had, had run from the Capitol, if the Ukrainians hadn't resisted, we'd be in a much darker world right now than, than we are. We'd be in a world where an autocracy had destroyed a democracy. We'd be in a world where the people who are using fascist language would be carrying out a fascist goal of destroying a neighboring society. This would be happening in Europe before your eyes. Um, if the Ukrainians had given up terrible enough, things are happening before your eyes now, but if they'd given up worse things would be happening. So as I understand it, you know, Zelensky's resistance and Ukrainian resistance is one of these unexpected things. I think it's fair to say that the German political class did not expect it. Um, and to some extent is still not taken in that it's really happening. But as I see it as a historian, it's one of these unpredictable things, which then buys time for us to think and to conceptualize. I think, you know, it's, it's a sign. I mean, it's a, it's a terrible, the war is a terrible, terrible thing, but that the Ukrainians are taking risks for things gives the rest of us a chance to, to realize that democracy is something that one ought to take risks for. We probably never will have to take risks of the kind that my Ukrainian colleagues are currently taking, but it, you know, it's, it's, it's enlightening. It's refreshing. It's important to see that democracy is something that you should, that you can and should take risks for. So I, I see, I see that we've been, I put it, I see it this way. I see that we've been given a kind of opening to think about our democracies and that we should use that opening as best we can. Thanks a lot, Timothy, for giving us double time that we asked for. Very generous. I know that you're a much asked for and everybody wants to know what you think. And I know, and I'm grateful you shared it with us. Thank you very much. My pleasure. Das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war also die Sonderfolge zur Ukraine. Ich habe versucht, mit euch auf eine Reise zu gehen, mit Fragen, die ich selber habe an diesen Krieg, über Menschen, die mit der Ukraine verbunden sind, aber in Deutschland leben, die für mich Katja Petrovska ja vertreten hat. Juri Andruhovich als jemanden vor Ort und Timothy Snyder als jemand, dessen Bücher ich verschlungen habe, kann man nicht sagen, aber versucht habe zu verstehen, weil sie einfach so tief sind und so viel profundes Wissen haben. Ich hoffe, ihr habt so viel gelernt wie ich, habt so viele unterschiedliche Blicke auf diese Krise bekommen und könnt mit dem, was wir in dieser Folge Freiheit Deluxe über die Ukraine gehört haben, vielleicht einige unserer deutschen Debatten ein bisschen besser einordnen. Und selbst wenn nicht, hoffe ich, dass einige Sätze euch so tief berührt haben wie mich, jeder meiner Gäste auf eine unterschiedliche Art. Es war eine etwas andere Folge. Es war ein Thema und drei Gäste. Ich hoffe, wir waren trotzdem so tief, wie ihr es gewohnt seid. Und ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bleibt uns treu, folgt uns, schenkt uns Sterne. Danke für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, so wie Katja gesagt hat, so wie Judy gesagt hat und so wie auch Timothy Snyder am Ende gesagt hat, es ist immer eine Entscheidung, die wir treffen zwischen Gut und Böse, auch im Alltag, zwischen Licht und Schwere. Wir müssen beides haben und für das Zelle vor allem kämpfen. Danke, Freiheit Deluxe. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.